Hallo, hier ist der Manuel Celos City, den ihr kennt vom Himmelreich, weil ihr wart alle im Himmelreich, also fast alle. Nehmt einmal ein Stück Klopapier her und probiert es anzusünden. Es wird nicht gehen, weil für Gott, dem Vater, die physikalischen Grundgesetze nicht gelten. Fragt den Heiligen Geist um Weisheit und fragt ihn, ob ihr das machen dürft. Und ihr werdet sehen, es kann nichts mehr brennen, außer Korane, Zigaretten, Bezheizungen, Hackschnitzelheizungen, fossile Brennstoffmotoren und Müllverbrennungsanlagen und Lagerfeuer, gesicherte Lagerfeuer. Alles, was nicht brennen soll, kann nicht mehr brennen. Das soll auch ein Test sein für alle Gebetserhörungen, die ich in meinem Leben hatte. Und für alle Taten in Elohim ein Beweis sein, dass ich 39 Terrororganisationen aus dem Dschihad herausgeholt habe. Aus der Täuschung des Islams herausgeholt habe. Und mittlerweile ist die Täuschung der Medizin auch aufgedeckt worden. Alle Neuroleptiker sind weg. Und macht das mit dem Brandtest. Es gibt euch eine wohlfühlende Balance. Okay? Also wer noch nicht den Kanal abonniert hat, der abonniere den Kanal, teile sie mit seinen Freunden und Familie. Und wer schon abonniert hat, danke für die Treue. Tschüss! 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 Vielen Dank.